gleich vorneweg. Ich finde es richtig, richtig gut. Ihr habt euch bei den letzten sehr, sehr politisch motivierten Videos in den Kommentaren unwahrscheinlich am Riemen gerissen und es gab für mich, ich glaube nur in zwei, maximal drei Fällen tatsächlich Grund, einen Kommentar, einen Beitrag zu entfernen oder zu sperren. Vielen, vielen Dank dafür, denn das ist gerade bei diesen Themen nicht unbedingt selbstverständlich, weil durchaus die Gemüter und Emotionen, wenn es um Verbotsforderungen geht, schnell hochkochen können. Ein weiteres Dankeschön möchte ich auch aussprechen, dass die letzten Videos es tatsächlich geschafft haben, binnen weniger Tage in den fünfstelligen Aufrufbereich reinzukommen und das fand ich auch richtig, richtig toll und dafür möchte ich euch auch ganz, ganz herzlich danken. Nun zum Thema. Ich hatte ja gerade erst ein Video hochgeladen zu dem Thema Verlust der waffenrechtlichen Zugänglichkeit. Hierbei ging es um einen Unternehmer, bei dem viel eingebrochen wurde. Das heißt, es kommen unbefugte Menschen auf ein Grundstück, sie beschädigen eventuell Firmeneigentum, wenn es ein Vorunternehmen, zum Beispiel Anhänger, Lastwagen, was auch immer. Sie brechen eventuell ein und stehlen Dinge. Die Polizei kann oder will nicht tatsächlich diesen Fall so verfolgen, dass es gelöst werden kann oder sie haben keine wirklichen Möglichkeiten, den Fall zu lösen. Also entschließt sich der Unternehmer hinzugehen und ein Warnschild aufzustellen. Dieses Schild, ihr erinnert euch, eigentlich in meinen Augen ja, vom Wording her kann man darüber diskutieren, ob das klug ist, ein solches Wording zu wählen. Aber was ist denn das Schild tatsächlich? Es ist letzten Endes eine Warnung. Nicht mehr und nicht weniger. Wenn ich euch nun sage, dass dieses Schild mehrere Jahre, und das sieht man eigentlich auch, wie das Schild aussieht, dort gehängt war und es zu keinerlei Beschwerden kam, aber die Anzahl der unbefugten Zutritte und Einbrüche und Sachbeschädigungen sind in Richtung Null zurückgegangen. Dann hat das Schild eigentlich seinen Sinn und Zweck erfüllt, nämlich eine abschreckende Wirkung zu erzielen, um eben die Straftaten, die dort begangen wurden, entsprechend einzuschränken oder gar zu unterbinden. Nun fühlte sich aber augenscheinlich ein Anwohner, Passant, was auch immer, von diesem Schild gestört. Das dort schon seit Jahren hing und hat sich wohl bei der Polizei, bei der Waffenbehörde, Ordnungsamt, was auch immer, beschwert. Als sich dann noch herausgestellt hat, dass dieser Unternehmer ein Jäger ist, sprich ein Jagdscheininhaber ist, eine Lebenspartnerin, Ehefrau ebenfalls, sah die Behörde es als Anlass, den Verdacht zu äußern, hier findet eine Androhung einer Straftat statt und damit wurde ihm und ihr, warum ihr, weiß kein Mensch, die waffenrechtliche Zuverlässigkeit aber erkannt. Und damit war Jagdscheinfutsch, Thema erledigt. So, wenn ich nun durch die Kommentare gehe, wurde dieses Thema, insbesondere dieses Thema, sehr, sehr kontrovers diskutiert. Zugegeben, mein Video war leicht emotional angehaucht. Das ist aber manchmal auch ein bisschen erforderlich, um eben eine Diskussion loszutreten, um dort eben auch gewisse Reaktionen herauszukitzeln, sage ich mal. Meine ganz persönliche Meinung und meine Videos sind nun mal Meinungsfreiheit. Sie sind meine persönliche Meinung. Hätte die Waffenbehörde hier durchaus hingehen können und einfach sagen können, hier, lieber Unternehmer, das Schild ist nicht in Ordnung. Bitte häng es ab, ansonsten müssen wir gegebenenfalls rechtliche Schritte einleiten. Das wäre in meinen Augen eigentlich der richtige Weg gewesen. Derart hinzugehen und gleich zu sagen, wir erkennen dir die waffenrechtliche Zuverlässigkeit ab, das ist eigentlich mit Kanonen auf Spatzenschießen, finde ich. Das ist ein bisschen arg oversized und hätte eigentlich in der Form nicht sein müssen. Nun kamen Kommentare von wegen, ja, ich finde das auch nicht in Ordnung, dieses Schild, wenn jetzt dort Kinder beim Beispiel, nein, da sind wir doch gar nicht, Leute. Ich habe so manchmal den Eindruck, ihr denkt nicht weiter als von zwölf bis Mittag, wenn es dieses Thema betrifft. Wie gesagt, man kann über das Wording dieses Schildes durchaus sprechen. Wenn ich aber jetzt weiter dieses Rad spinne und eben sich herausstelle und das scheint tatsächlich der Fall zu sein, dass allein der Verdacht der Androhung einer Straftat ausreicht, um die waffenrechtliche Zuverlässigkeit abzuerkennen. Was ist dann mit denen von euch, die gerne mit Zitaten wie von Charlton Heston nur aus meinen kalten, toten Händen daherkommen? Das ist im entferntesten Sinn ebenfalls eine Androhung von Gewalt. Denn letzten Endes sagt ihr damit nichts anderes aus und das war das, was letzten Endes Heston damit auch meinte. Wenn ihr meine Waffen haben wollt, dann werde ich mich dagegen wehren. Das ist nichts anderes, Leute. Wir werfen anderen, insbesondere Politikern, gerne vor, dass wir hier mit zweierlei Maß beurteilen. Wir machen das aber genauso. Wenn ich jetzt noch weiter spinne und sage, dass dieses Schild dieser Unternehmer in einem schwarz-grün regierten Bundesland ist, dann kommt das doch ein ganz klein wenig eher zusammen. Dieses ganze Thema ist sehr, sehr kontrovers. Es ist schwierig, es ist kompliziert. Und dieses ganze Thema, und das ist das, was ich eben mache, ich spinne das Rad eben weiter. Ich schaue nicht nur auf diese einzelne kleine Situation, sondern ich schaue mir das gesamte Programm an, das gesamte Thema. Was ist bisher gewesen? Ich nehme dieses Thema, wie im Fall des Schildes, und setze es einfach nur in einen Kontext, wie was denn auf uns zukommen kann. Das Wording des Schildes finde ich persönlich auch, ein ganz klein wenig Oversize. Es ist und bleibt aber ein Schild. Was machst du denn zum Beispiel, wenn du eine neue Firma gegründet hast und du erwirbst dir ein neues Firmengelände, was bereits erschlossen ist mit Gebäuden und so weiter. Und zufälligerweise hängt irgendwo so ein Schild, was du gar nicht gesehen hast. Rein zufällig bist du Sportschütze, Jäger, Waffensammler. Und dann läuft einer vorbei, der hat etwas gegen dich, weil du dort das Grundstück erworben hast, gepachtet hast oder was auch immer. Und der geht dann hin, sagt den Ordnungsbehörden, dass das Schild, was meinetwegen schon in den letzten 25 Jahren da gehangen hat, ihn stört. Dann hast du das Schild noch nicht mal aufgestellt. Und die Behörde hat etwas gegen dich, hat etwas gegen Waffenbesitzer. Du hast eine Regierung, die etwas gegen dich oder die Waffenbesitzer hat. Und sie erkennen dir deine waffenrechtliche Zuverlässigkeit ab, weil du das Schild, du hast das Schild noch nicht mal gehängt, aber es ist da. Das mag jetzt wieder ein Beispiel sein, was vielleicht ein bisschen arg überzogen ist. Aber es ist auch nicht wirklich sehr weit hergeholt. Ich möchte gar nicht wissen, wenn eine verpflichtende MPU für alle, die von einigen hier befürwortet wurde, was ich nicht verstehen kann, und du gerätst an einen Psychologen, der tatsächlich etwas gegen Waffenbesitzer hat. Oder du sagst irgendein Wort in einem bestimmten Zusammenhang, was für dich gar nicht verfänglich ist. Aber der Psychologe das in eine ganz bestimmte Richtung deutet, dies in dem Gutachten der Waffenbehörde mitteilt und dir deswegen deine waffenrechtliche Zuverlässigkeit versagt wird, abgelehnt wird oder aberkannt wird. Was ist dann? Wenn alleine schon ein popliger Verdacht ausreicht, um eine waffenrechtliche Zuverlässigkeit abzuerkennen, dann sind wir in meinen Augen tatsächlich nicht wirklich sehr weit weg von einer Art Gesinnungspolizei. Und das ist die tatsächliche Gefahr, die ich bei diesem ganzen Thema eigentlich sehe. Mir geht es nicht alleine um dieses eine Schild. Ich könnte auch hingehen und folgendes Schild, was bei mir im Keller hängt, was ich mal zu meinem Geburtstag bekommen habe, aufhängen. Da steht, geschützt durch Smith & Wesson, kann als eine Androhung von Gewalt gewertet werden, wenn ich das zufälligerweise draußen an meine Tür hänge, an meine Hauswand. Ich hatte früher mal in den USA mal gekauft, wo ich im Urlaub war, ein in US Nummernschildgröße Schild protected by Smith & Wesson 357 Magnum. Wenn ich das jetzt draußen bei mir an die Haustür dranhänge, kann das schon als Androhung von Gewalt gewertet werden. Ein pissiges kleines Schild. Und genau das ist eben das Problem bei der ganzen Geschichte. Es darf in meinen Augen nicht sein, dass nur ein Verdacht ausreichend ist, diesen Straftatbestand zu rechtfertigen. Sondern man muss in meinen Augen, das ist meine persönliche Meinung, das gesamte Konstrukt sehen. Ich verfolge ein Ziel. Ich möchte, dass endlich die Einbrüche, die Sachbeschädigungen und so weiter auf meinem Firmengelände, wo ich meine Brötchen mitverdiene, aufhören. Die Behörden schaffen es nicht. Also probiere ich es einfach nur mit einem Warnschild. Und das funktioniert. Ad hoc hören die Einbrüche auf. Und nur weil ich ein Jäger, Sportschütze oder Waffensammler bin, wird mir das zu einem Verhängnis. Hätte das jemand gemacht, der kein Waffenbesitzer ist, wäre die Welt komplett in Ordnung. Es wurde also hier mit zweierlei Maß gerechnet. Denkt mal ein ganz klein wenig drüber nach. Wie gesagt, hängt euch mal nicht so stark nur an dem Wording dieses Schildes auf, sondern setzt mal das gesamte Ding in einen Kontext und schaut euch einfach die unterschiedlichen Situationen mal an. Auch die, die ich jetzt geschildert habe. Vielleicht kommt ihr dann auch zu einem etwas anderen Urteil. In diesem Sinn, fühlt euch schon mal frohe Ostern. 妈fine Das nochmal 6 Vielen Dank.